Hey Leute, willkommen zu einer Runde Bad Wars, die ich meinetwegen auch später hochladen kann als du, Flo, wenn wir danach noch mal eine aufnehmen wollen oder so. Was ist das denn jetzt? Junge, bis der Flo mal seine Aufnahme gestaltet hat, ist die Runde zu Ende. Ja, ich hab das auf der Flur. Ja, ich hol mir Blöcke. Ich nehm mir ein Schwert. Ey, sind wir nur zu dritt? Naja, zu viert. Nicht senden den Problembericht, sei ruhig. Oh, und Gold. Ich hab schon zwei Eins. Oh! Boah, ja, Flo, das ist toll. Ey, ihr baut euch drüber, ich sammle weiter. Ja, super, Flo, das wär toll. Komm, go, go, go. Ich kann dich ablösen, jederzeit, mein lieber neuer Spieler. Nein, nein, ich sammle einen. Nein, ich mein mein Mitspieler. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mach, mach, mach. Wir sind die einzigen, die sich in die Mitte bauen, außer dem gegenüber vielleicht. Tom, ich hab Essen. Ey, du musst sagen, wie weit das... Ey, du bewachst, ich nehm das Gold. Ja, alles klar. Du probierst irgendwie unten zu bewachen und die zurückzuschlagen. Hast du genug Blöcke gleich? Ja, ich hab noch 15. Das sollte reichen. Ich baue dann hinter mir. Weiß nicht, wie weit wir entfernt sind, ne? Äh, flööööö. Okay, wir sind da. Ja. Oh Gott, sie bauen sich rüber. Ich versuche hier runterzuschlagen. Ja, mach gleich. Oh, jetzt bauen sich alle. Hilfe, ich bin überfordert. Ich komm da nicht hoch, ich bin zu inkompt Jetzt ernsthaft? Ja, nein, ich schaff das Wenn ich noch ein Gold hätte, könnte ich Ich könnte einen Bogen mit Pfeil kaufen Soll ich? Soll ich Bogen mit Pfeil? Leute? Oh Gott, der hat schon schwer Ja, mach's mal Komm dann auch in die Mitte, Flo Du kannst, ah, schade, wär auch zu schön gewesen, weißt du Ich sammel Gold Flo, gib mir mal ein Schwert Nein, Tobi, die Boxen gerade Tobi, da kommen welche, pass auf Moment, ich will eben Ist da, wer ist das? Was haben die denn für Sachen? Ja, gute, nee, nicht gute, aber Schwerter halt Nein, ist Gold, ja, hab ich, hab ich Ich mach mir ein Schwert, ja, ich brauch dir Mach dir keine guten Sachen, noch nicht, Flo Ein Level 1er Schwert für ein Eisen Ist ja nicht gut Nee, ich mach ein Schwert für drei Das hat Rückstoß Ah, nee, das ist drei Gold Ja, das hol ich gleich Ja, einer muss mich hier jetzt ablösen Langsam und bringt eine Spitzer mit Ja, Flo, was du hast? Flo, komm, go Ja, einer muss mich dann ablösen Flo, komm, mach Oh, oh, Team Gelb, was sind wir, Team? Rot Team Gelb kommt, glaub ich, zu uns Ja, wir müssen unser Bett zu bauen, baut schnell unser Bett zu Einer Oh Gott Okay, bin dabei, wo ist das? Da kommt einer Flo, töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn Nice Ich baue es zu Tom, hier ein Schwert Ey, Flo, bau mal, kauf mal Kisten Mit Kisten ist das noch besser gesichert Nein, nur eine Ender-Chill Nein, mit Kisten kann man das Bett besser sichern Ja Wo gibt's sie? Ich komm zurück, ich komm zurück Alter, die kostet eins, Eisen Ja, ist doch scheißegal Wie viele? Ähm, keine Ahnung, mach erstmal so viele wie du kannst 15? Nee, 15, ja Da kommt einer, kauf erstmal Hilfe, ich hab 10 Gold, beschütz mich Ich hab 10 Gold gewonnen Kleiner Wichser, ich hab ein schärfer 400 Eisenschwert Pass auf, der baut sich außen rum, Flo Verfolgst du den? Wo ist unser Bett? Ach, oben Der ist runtergefallen Gut Ich hab ein schärfer 5000 Schwert, also ich bin hier der Nahkämpfer Ich hab mir nämlich so ein Goldschwert gekauft Äh, Leute, Schwerter und Spitzacken Ach, Torben, ich hatte uns Nein, ich hab mir so ein Schwer für Gold gekauft Wie will sie jetzt Spitzacken und Spät und so? Flo, ich hab mir schwer für Gold gekauft Ah, nee, warte Ich brauch noch ein Gold Ich kaufe mir dann jetzt nämlich schärfer Eisenschwer Ja, hab ich schon, hab ich schon Und den guten Bogen hol ich mir, also nen besseren Ich brauch auch schon ein Gold für Spreit Ich hab auch schon dieses Scheiß, äh, ich hab ein Gold Ich hab ein Gold Danke, bitte Hier, Gold, schnell Da und da kommt auch noch welches Hier, ich hab noch ein Gold jetzt wieder Ähm, hier, ich schmeiß den Simsi mal Äh, braucht von einer noch ein Schwert? Ne, braucht nicht Nö, ich hab Eisenschiff Der Simsi hat eine Kiste hierhin gebaut, nein Ich brauch ein bisschen Eisen Äh, äh, Spitzacken liegen in der Kiste Äh, ich brauch Rüstung, scheiße Oh, ich hab mir das ganze Eisen rausgenommen Im Buch Äh, einer sollte auch immer gucken Ich brauch ein Eisen Okay, da ist ein Eis Äh, fuck, ich brauch noch Traum, Alter, wie lange brauchst du denn da? Äh, ja, ich, ich kaufe gerade Special Was denn? Spinnenweben Brauchst du da nicht? Doch, damit können wir uns ein Vollgeil absichern Ey, Flo, wo sind die ganzen Kisten? Äh, ich hab keine CV Ja, mach das Warte, ich kaufe mir eine Äh, äh, Eisenlöse Ja, geil, der Sim, sie hat ein Vollgeil weggeschossen auf seinem Steg Nice, ähm Oh, ich muss mir Blöcke kaufen Alter, wie viel Kupfer hier nochmal Eisen Zehn Kisten Oh, ne, Spitzung Komm Wir müssen, äh Müssen in die Mitte Ja, Skillshot, hast du den gesehen? Ich hab den runtergehauen von seinem Steg Ich hab da nur einen Fallen gesehen Ja, und das war mein Schuss Nice So Komm, wir brauchen die Mitte, Flo Also Ich sicher Nein, ein paar weiter, nein, ein paar weiter Ich, okay, du baust Nein, das bringt nichts Ich mach das Backup zu Hause Ja Vorsicht Ach, Quatsch, ich baue das völlig falsch Man muss unten lang bauen Und dann so eine geile Decke Am besten Mhm Dass man noch ausnipern kann Genau Wow, hier ist gar nicht mehr Blick Ja, äh, geht da Geh nicht so weit nach vorne, Flo Ich hab nicht durch mich durch Bitte würde ich runterfallen, ne? Wir werden so geile Sachen verliehen Oh Tobi, bis in meinen Schuss gelaufen Oh Tobi, du wirst die ganze Zeit immer entschuldigen, dass ich hier baue Ja, aber du siehst doch, wenn ich die Bogen gerade gespannt Achso, und dann soll ich hier nicht durchbauen, um uns abzusichern Ja, finde ich gut, Flo Voll die gute Idee von dir Stell dich nicht auf den Rand Oh Das wertvolle Sachen Vorsicht, ich komm durch Geh da weg Oh Tobi Geh da weg Ich muss die da doch abschießen Geh da weg, die zurück Danke Jetzt darfst du wieder kommen Ja toll, jetzt konnte der zum Goldrennen Warum, wie lange brauchst du noch? Ich bin fertig So Hey, was hast du denn noch mal getroffen? Das Bett ein bisschen besser abgesichert Und jetzt ganz viel Rohstoff eingesammelt So, Bogen, for the win Wo ist eigentlich der Simsi? Ist der noch da? Ja, okay Ich hole mir den 7er Bogen und einen Pfeil, natürlich Äh, ja, und dann stürmen wir in die Mitte Ja, bau dich mal noch Äh, ja, Moment, gibt's sonst noch was Cooles? Was man maybe gebrauchen kann Äh, okay Ey, wir sparen mal auf so ne Gravitationsscheiße, ne? Auf so ne Gravitationsbombe Auf so ne Gravitationsbombe Was ist das denn? Ja, damit kannst du andere Basen einfach wegsch... Also, die lösen sich dann die Luft aus Was? Andere was? Andere Basen Du schießt auf die Und dann, äh, sind die ziemlich... Das ist sowas wie... Keine Ahnung, wie es mir... Lass mich ja verbauen, du beschützt mich vor Gelb Am besten nur Weil, äh, weiß jetzt ungefähr, wie die schießen müssen Uh, blau geht ab Ich hol auch noch mal ein bisschen Eisenblöcke jetzt first back up Ja, okay Ja, ist gut, kann man nicht mit einer Holzspitze... Weg, weg, da ist einer in Grün Den will ich schießen Tobi, weg! Bin ich doch, du musst jetzt Stellung halten Ich hätte den Grün runtergeschossen Die Mütter Wenn ich sache nicht um mich rum Äh, können die Aua Anderen das auch sehen? Nein Außer du schreibst At all, ne? Ja Ja, at all Also at a Ah, ich hab Aua Ich muss mir hier decken Nice, du hast aber einen gekillt Ja, lol Wahrscheinlich ist dir irgendwo runtergefallen und du hast den mal verlassen So, das ist schon ziemlich, äh Vorsicht, geh, 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 geh Ich baue, ich baue Das ist schon ziemlich gut abgesichert Ich geh jetzt einfach töten, Leute Äh, ja, dann Ah, ich darf auch mal die Seh... Oh, ich muss mal was zu essen holen Äh, Sniper Äh, ich brauche mir hier den Block auf Zuvor an Sniper, die Decke ist unwichtig erst mal Ein bisschen was für die Mann Wollen die davon nicht so lang sein Weil sonst kommen die hier quasi so lang und hüpfen da drauf Gib mir mal ein bisschen viel Steak So, komm, Tom, wir brauchen nicht noch Eben Eisen und Gold Was kommt das denn? Oben Flo, du hältst die Mitte gegen Blau Halt die Mitte gegen Blau unten Ich geh hoch Vielleicht, wo ich helfe dir Ja Bin jetzt da Ich glaube Das ist gut So, mach dir du auch ein bisschen auf gelb Ich achte auf grün, du auf blau Ja Ach, da oben drauf, ne? Ich glaube, gelb Äh, grün besteht nicht so die Gefahr Aber Gelb ist auch nicht schlecht So wie ist das, äh Ist der Sniper bei uns in der Base? Ja Okay So Und Leg Wir halten die Hä, Tobi, das Bett hab ich übelst zugebaut Ja, aber Flo, guck mal Gib mir einmal Backup, bitte Was? Wo bist denn du? Bei, äh, gelb Ich zerstör grad ein bisschen deren Weg Ach ja, die Wege kannst du gut abbauen Stimmt Obwohl, ne, gelb kommt nicht Bau den lieber bei Blau ab Ja, siehs, ich hab den so weit ab, dann haben wir immerhin Zeit zu reagieren Sinds, sinds, voll korrekt Sinds, sie Meins, doch Äh, gelb kommt, gelb kommt Einer, einer gelb Äh, wer steht deiner Mitte rum? Flo Gut Bleib bei gelb Äh, blau schießt Aber kann nicht schießen Oder warte, ich bleib Oh Oh, jetzt haut er schon wieder ab Ich wollte hier noch Ich bin bei grün, ne Also ich baue da ein bisschen, glaube ich, ab Oder? Soll ich ein bisschen Wer sammelt das Gold? Ja, das spawnt ja automatisch Da kann Da gehe ich gleich wieder hoch Ich helfe hier nur gegen So, dann bauen wir hier einen Schutz, weil Ach, dann ist der Ausnahme Hier sind wir eigentlich in der Ausnahme, Torben Ja, klar Okay So, Vorsicht, ne Ich sichere die Mitte von diesen Seiten Außer von uns, ne Da ist die, hier ist die komplett gesichert Äh, Flo, geh, äh, gegen die Mitte Oben auf diese kleinen Ne, ne, da braucht er nicht hin Ja, da haben wir besseren, äh, hier, guck mal Da haben wir besseren Da oben drauf Da haben wir besseren Bogenschütze-Positiones Ey, Tobi, baue mal Geld ein bisschen wieder ab den Weg Die kommen ziemlich nah Äh, ne Oh, Junge, da mache ich das eben Äh, kannst du mir ein paar Blöcke geben? Ich hab kaum noch welche, deswegen Ich baue hier und dann Ja, dann gib mir einmal kurz vier Gib mir einmal Mach mir einmal zwei hin Nein, ich hab 45 weggeschmissen Äh, soll ich mal eben zurückgehen? Ja, das wird gut Ja, kannst du machen Hol dir mal ein besseres Schwert Ja, hol dir ein Eisenschwert Ey, komm her Flo, nimm Gold mit Ja Hier, zehn Gold Danke Und, bring mal kurz auf die Mitte auf Ich bin kurz oben Achso, jo Braucht ihr Essen? Äh, ne, ich hab hier 30 Steaks So, Goldi, 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 komm her Gut, schon wieder sechs Gold Nice Alter, bald kann sich einer schon den besten Bogen holen Ich hab den zweitbesten Ich auch Okay Ich hab auch egal, wer den besten bekommt Ja, ich mein, hier kannst du mit jedem Bogen ganz leicht Spieler töten Oh, der hat hier, äh, oh, ne, der hat hier drei Level, der hat hier vier Level 1er Bögen reingelegt, sind sie Und Level 1er Schwerter Mach nur die besten Schwerter Bögen Zweiter Treffer, der Wixer Witter Treffer Nein, auf uns geschossen Ja, ich weiß, ich schieße doch gerade auf die Nähe, das ist ein anderer Ja, ich schieße auf blau Ich hab gerade drei Treffer, die einen grünen einkassieren lassen, der schießt jetzt auch Ja, ja, der hat keine Schnitte Wenn ich dir noch zweimal kalt, ist der tot Die Mitte gehört uns, meine Freunde Alter, wir gehen, wir gehen in diesem Spielmodus so ab, wie, äh, guckst du, Bergmann manchmal? So wie der Bergmann nur verlooten immer, ey Ja, getroffen! BAM, Alter, was ein Skillshot! Ja, gib her, gib schnell Ich hab einen richtigen Skillshot rausgehauen So, wenn, ich geb dir eben die Blockade Nur ein Stack? Ja, hier hab ich noch was da, noch einen halben Stack hinter dir Ey, Tobi, guck mal, die bauen sich so ne wunderschöne Basis auf, sollen wir da gleich einfach mal ne Gravitationsbombe reinschmeißen? Aber leider kostet die 18 Gold Aber die ist richtig OP Ja, ich stell nicht mehr zum Gold, ne, ich hab zwar keine Ahnung, wie das funktioniert Ja! Ja, du bist, da waren so zwei Goldblöcke und da musst du dann einfach immer das Gold einsammelassen Ich hab den einen mit nem Bogen von Gelb getötet Gott Die sollten jetzt keinen Bogen mehr haben Hoffentlich mal Ah, hier, drei Gold Ja, Flo, gib mir das mal, ich bringe mir wieder was nach Hause Und nochmal vier Gold Oh, das dort ja heftig Ja, Flo, komm runter Ich geh, bring das noch, deswegen ist die Mitte hier auch so eine geile Sache Da, blau kommt Da, blau kommt, kein Ding Der, mit dem wie, was traut der sich denn? Ey, Tobi, du schießt mich nicht aus, erreicht Alter, wer schießt mich ab? Das war der blau Okay, Flo, gibst du mir das Gold? Ich glaub nicht, dass das blau war, das war irgendwo anders, ja Ne, das war blau Andere zeigen sich nicht, ich geh wieder hoch Joder, Tobi, gehst du eben zurück, dann hör mal nicht nur Du, Tobi, du hast kein Fischung, äh, ja, hol bitte viele Blöcke Ja, sehr viele Flo, muss unbleiben, wenn hier keiner mehr sehen Ja, ja, ich weiß, hab ich ja gesagt, ich bleib hier Boah, geil, der baut hier so Türme alles, alter, der Simsi, der sichert gut ab Nur, dass Dobi ist, äh, der besorgt uns zwar Sachen, falls wir sterben, aber leider nur die Level 1 Ey, Flo, guckst du, wo wir kommen? Hihi, wo blau schießt Hihi, schätze mal, was ich habe Äh, Dingsbombe Richtig Ja, kauf aber lieber die besten Bögen erstmal Oh, zu spät Äh, und wie kann man die abfeuern? Wenn du wenig Leben hast, wirst du dich zurückziehen, falls du Gold im Inventar hast Äh, die kann man abfeuern mit Rechtsklick Ja, aber lass erst mal Ja, okay, willst du dann mal blau Nee, blau hat gar nicht Nein, der macht jetzt keinen Zweck, der macht erst Zweck, wenn wir die stürmen Gleich gelb Gleich Ich hab Angst, mein Gelb hab ich Angst Ja, aber es macht erst, wenn wir die stürmen, die Basis Macht die auch Playern Schaden? Ja klar, aber die macht uns vor allem den Weg frei Oh Gott, blau schießt Leute, die haben mich in die Mitte geschossen Was? Blau schießt Ja und? Woher? Kann man das Glas hier oben zerstören? Try it? Nee, denke ich nicht Nee, dann glaubt man nicht Das wär zu OP Baut dich doch da einfach hoch Ja, eh Ja, hab ich doch, aber ich wollte mich von da oben dann auch rausschießen Nein, ich mein, baue dich doch einfach an der Seite da ran hoch Dann kannst du von da oben Von wo? Wer hat da wieder Schadenbeutel? Der Flo Achso, gut Ich bring kurz rein Ja, und bring wieder Blöcke mit Tobi, guck mal keine mehr Tobi Kannst du mir die mal zuwerfen? Ja Aber nicht beträgt dir viel Gravitationskleine Kugel Okay, und mit Rechtsklick werfe ich die? Ja, mach's nicht Wie weit fliegt die denn? Ich weiß es nicht Ich weiß, dass sie ziemlich gerade fliegt Bei Palud und Herr Bergmann hab ich gesehen Die haben sich etwas näher als die Mitte dran gebaut und dann geworfen Aber das macht nur bei so einer Basis wie von grün Sinn Von gelb ist ja quasi nichts Da kommt einer Warte, lass mir die bitte Nein, bitte lass mir Bitte lass Ja, nein Ich hab die aufgesammelt Nee, Feuerwerkstern Oh Gott, er macht es Er macht es kaputt Moment, wir müssen wieder machen Komm schnell Ich hab keine Blöcke Flo muss Blöcke bringen Ich komme Ich hab ganz viele Hat der eine Gravitation zu? Ja, aber ist kein Ding Der hat total scheiß getroffen Äh, Tobi hier Macht dir gar keinen Schaden Doch, aber wir waren halt weit weg Ich stand fast direkt Also das ist die wie bei, äh Torben, komm hier runter Ey, wie baust du? Torben, nicht so hoch Tobi, du mal Die macht, äh, nur Schaden Wenn man da wirklich drinsteht Wenn die Blöcke hochfliegen Ah Hey, warum sammelt ihr die Blöcke nicht ein? Warum werft ihr die weg? Ja, ich hab total viele Mehrere Stacks Ja, weil Tobi ja immer so rumgeheult hat Da dachte ich Ja, weil ich keine hatte Jetzt bringe ich mir tausende Blöcke mit Ich geh mal kurz Gold holen Ey, warte, kann man aus dem Feuerwerkstern irgendwie eine Gravitationsbomb Nein, der Feuerwerkstern Der Feuerwerkstern ist diese Gravitationsbombe Kann mir einer einen besten Bogen mitbringen oder irgendeinem, dass wir hier einen haben? Ähm, ich kann mal gucken, ob wir uns jetzt einen leisten können Hier ist viel Gold Ja, natürlich können wir das Ich hab gar kein Gold im Moment Man kann mal viel mehr in der Basis haben, so erstmal Äh, Flo, ich safe blau, du guckst bei gelb Ich glaub, grün macht nicht Doch ich darf nicht mehr dieser Gravitationsbombe Gelb, Flo Ja, der schießt nur Ja, der hat mich bei einer runtergehauen Äh, der einen besseren Bogen, dann wäre ich tot Hä, warum, wenn wir gut sind, was ist dein Problem? Ja, äh, hä? Hä? Nur weil... Ihr schlecht Und wir gut sind Nicht so, wir können uns gleich sogar Stärketränke holen Leute Damit hab ich ein Viererteamer vernichtet Allein Leute, was sagt er? Drei beste Bögen? Jo Jo Hab ich Nice Oh, ich hab folgendes ist schief mit der Zeit, Geschäftsmann Oh Ähm, so Wahrscheinlich, weil ich so viel Gold einkaufe Für Gold einkaufe Ich hab jetzt gerade 36 Gold ausgegeben Dann hab ich eben 18 Gold ausgegeben Tobi? Ja, ich bin hier Hintergrund Einen für dich Bleib stehen Tom? Einen für dich Einen für dich Äh, dann gib mir mal die einfache Ja, hab ich da hingelegt Die bringst du dann zurück Ja Ja, soll ich da Ja, warte, dann geb ich dir auch noch einen einfachen Hier Gut, jetzt sind wir doch ganz annehmbar equipped Oh! Ach Tobi, lass halt mal den Mann von der Seite machen Pass auf, ich treff den Ja! Ich hab auch voll geil vom Simsi, dass der die ganze Zeit in der Base rockt Junge, der ist richtig gut Guck mal, was macht der da oben? Der baut uns ne Fahne, alter Aber ist der Zuckerstange baut der? Ah ne, was macht der? Der ist in Aufnahme Der ist richtig korrekt, der Typ Der Typ Alter, ist unser Dienst gesaved Unser Bett Aber wie kommen wir da raus? Man spawnt woanders Geilo Man spawnt nicht im Bett Ach so, okay Das ist nur, wenn das Bett zerspört ist, dann kannst du nicht Zerspört Dann kannst du nicht mehr respawn Ja, ich dachte, weil bei Dings normalen Rush ist Ja, ne, ne, ich mein Ja, ja, bei normalen Rush, aber hier kannst du einfach Ich schau mir mal kurz an Ihr haltet ja da alleine die Stelle Aber ich schau mir an, was der hier alles so schafft Ach, könntest du mir ne geile Spitzsacke mitbringen? Irgendwie so ne Goldspitzsacke, also aus Eisen Für die Blei aus Eisen, die Spitzsacke Ja, ich hole die eben Hier oben überall so Gänge Ist ja cool Alter, wir Wozu, Alter, wir stürmen jetzt gleich Ja, scheiß drauf Ja, wir holen uns richtig overpowered Ja, aber Junge, guck mal oben, ne Da müssen wir drauf achten Oh Was, was Also die Runde geht jetzt 20 Minuten Das wird ne chillige Runde für euch Könnt ihr euch schön reinziehen, wenn ihr mal Bock habt Ich gehe mal kurz nach oben, Torben Hier ist abends nämlich War ich gerade, brauchst nicht Oh Wenn ihr abends mal Langeweile habt, hab ich oft Dann zieht euch die Runde einfach hier rein Wie viele Spieler sind noch da? Es sind nur noch zwei von Grün und einer von Gelb da Ja, die Blauen sind vernichtet Die sind alle geläftet Dann lass mal da hingehen Da liegen jetzt ganz viele guten Sachen Ja, geh du da hin Ja, gib mir weg, ne Ja, pass auf Gelb, ne, Gelb kann nichts Es ist einfach nur auf mich Ja, aber die schießen, egal, da ist ein Problem Ja, ich hab auch geschehen, das war erzielt Oh, gelb schießen, bis ich mich versuche Vernichte den bitte Ja, ich habe ihn So, hat sich zurückgezogen Ich hab mich, mein, Flo, kannst du mir einen Stärketrank bitte kaufen? Dir kostet sieben Gold Tobi, geh mal bitte kurz weg, ne Ja, ich, äh, gib mir dann das Gold Ich geb dir hier eine Spitzsacke Ja Ich hab zwei Gold Ja, ich bin gerade oben, Tom Ich komm jetzt Nein, du musst einfach nur auf Gelb aufpassen Hab sechs Gold Äh, ja, bei Gelb tut sich gerade nichts Ich bin ja oben in der Kuppel Flo, ich komm sofort Ich baue das Bett Ich baue das Bett Ich baue das Bett vom Blau einfach trotzdem ab, ne Einfach aus Ja Einfach aus, weil ich es kann Da kriegst du ein Archivment, wenn du alle Betten hast Ey, ähm Die Leitern zubauen ist eine kluge Idee Tobi Tobi, ja Mit Eisenblöcken die Leitern zubauen, Leute Oder mit Kisten An der Leiter oben das Loch zubauen Äh, Tobi, hier, ich versuch dir hochzuwerfen So Oh Hier, guck mal Austausch Äh, hier, ich geb dir auch Torbens, Tobi Leute, ähm Hier, warte So Kannst du mir einen Stärketrank bitte besorgen Und vielleicht Speed Oh Gott, bei mir leckts gerade ein bisschen Ey, Flo, hier ist noch ein Gold, hallo Leute, bei mir leckts gerade Wo denn? Da, hinter dir Ach, da Und dann marschiere ich bei grün rein Leute, bei mir leckts gerade Alleine doch nicht Natürlich mit dem Stärketrank Herr Tobi, ich geb dir ne Gravi Was? Bei mir leckts gerade, ne Ja Und was soll ich jetzt sagen? So, jetzt geht's Nein, ich hab dir gesagt Woll dir keine Gravitationsbombe, ne Hab ich doch schon Oh, hast du mich erschrocken Ja, ja Ja, äh, kannst du dich einmal auf grün werfen? Ja, klar, kann ich machen Ich sag mir hier eben mit Gold Ich lebe doch nur noch grün So, jetzt hab ich ein paar hundert Du kannst doch noch einmal kurz zu gelb gehen Okay, wo soll ich die Gravit hinwerfen? Äh, auf grün Da muss aber auch direkt stürmen mit mir, ne Ja, 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 ich mach das alleine, hol du gelb Okay Äh, Tobi nicht alleine, du Doch, lass mich das einmal alleine machen Ich möchte einmal Aber Tobi, lass helfen Ja, okay, du kannst mir Backup geben Gib mir gleich Backup beim Bettabarm Ey, ich probier jetzt einfach mal aus und hol ich ne Neue, ne Ob die von hier aus reicht Naja Ne, hol keine Neue dann Nein, sie reicht nicht Boah, aber die ist schlecht Nein, die war scheiße geworfen Nein, nein, ich wusste ja nicht, dass die Abgang nach unten macht Ich dachte, die fliegt gerade, wo wenn ich denn nie Flo, Flo, gib mir schnell Stärke dran Und so, ich hol mir ne Neue Ja, ich komme Na, nein, wir können uns nicht mehr für Gold kaufen Stärke dran, weißt du, wie overpowered der ist? Ja Ja Gib schnell Gib schnell Na, Stärke, Regie und Schnelli Alter Das Heilung Ja Direkt Heilung Ja, hat nur sieben Eisen gekostet Oh, oder fünf Fünf sogar nur Okay, möchtest du dich rüber machen? Sehr gut, dann hole ich mir halt einen Stärke trank und jetzt noch ne Gravi Ich hab folgendes Archivment Bauarbeiter Was hast du gemacht? Achso, ganz viele Blöcke gebaut wahrscheinlich Äh, Leute, dann hole ich jetzt noch ne Gravi, ne? Ja, das muss der Simsee dann ja auch Tobi, ich mach mit dir den Weg Ach, Tobi, wolltest du nicht zu blau, äh, zu gelb gehen? Geht zu grün Guck da mal Ich mach dir den Weg frei, Tobi, warte Nein Bitte, ich will das einmal so gerne machen Oh nein, der kommt, glaube ich, mit dem Bogen Ja, dann geh Ich, ich komm zu dir und versuch zu kommen Ja, du gibst mir Backup, du musst die killen, wenn die wieder respawn Äh, soll ich jetzt auch da hin, weil dann ist ja auch nicht rum So, wir haben extrem viele Sachen Die haben sich übelst zugebaut Okay, Tobi, ich komme Ja, dann ist doch ne Gravi optimal Die macht es den Weg richtig gut frei Hab sie, hab sie beide Ich sag, so Stärke trank ist einfach nur Ähm, soll ich noch ne Gravi hinterher werfen? Äh, ja, mach mal, einfach nur so Okay, aber du musst erst in die Base rein und dann ganz schnell rennen Flo, lass, äh, töte die ruhig ein bisschen, Christophapunkte Okay Moment Wo soll ich die denn hinwerfen? Ja, mitten rein Nein, ich hab's abgebaut Nicht töten, Flo, nicht töten Nicht töten Warum nicht? Weil die Gravi jetzt kommt Guck mal Boom Oh, ich dachte, wir werden voll reingelaufen Möchtest du ihn killen? Nein, ich bin... Nein, lass Flo, gut Er hat gelöftet LOL Ach, Team Geld war auch Team Geld war auch Team Geld war auch Team Geld war auch Da wird wahrscheinlich Flo übrigens aufnehmen Und die denken sich jetzt einfach, sie sind so cool für ein Tschüss sagen oder so Ja, okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschau Tschüss